Wir sind nicht allein und waren es auch nie. Ein Fliegerflieger! Ein zahmenden und obenes Artefakt, das Logo der Arman ist. Hat die Menschen inspiriert, nicht alles zu glauben, was vernünftig ist. Dieser kleine Flieger es gibt und zerlegte davon. Soll nur ein Insekt sein, sag mal, halten wir uns für dumm. Dolphiegerflieger, ein Beweis im Gott gegossen. Dolphiegerflieger, immer höher und vertrossen. Dolphiegerflieger, ein Flugzeug für Piloten. Nur ein Insekt, haltet ihr uns für den Toten? Die Versuche haben es gezeigt, dieses Teil kann wirklich fliegen. Lass es bloß nicht so, dass sie euch mit ihrer Geschichte kriegen. Erotinamisch und perfekt ausbalanciert. Soll das nicht zweiter Stuck sein? Wir haben noch lange nichts kapiert. Dolphiegerfliegerflieger, ein Beweis im Gott gegossen. Dolphiegerfliegerflieger, immer höher und vertrossen. Dolphiegerfliegerflieger, ein Flugzeug für Piloten. Nur ein Insekt, haltet ihr uns für den Toten? Von Anbeginn der Menschheit berichten wir davon zu fliegen. Ist es wirklich so verdammt, einfach all diese Fakten zu verbiegen? Wer waren die Besucher, die solch ein Wegen flogen? Waren es Wünsche oder Träume, oder werden wir belogen? Dolphiegerfliegerflieger, ein Beweis im Gott gegossen. Dolphiegerfliegerflieger, immer höher und vertrossen. Dolphiegerfliegerflieger, ein Flugzeug für Piloten. Nur ein Insekt, haltet ihr uns für den Toten? Dolphiegerfliegerfliegerflieger! Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie gern einen Daumen nach oben, teilen Sie das Video und schreiben Sie einen Kommentar. Bleiben Sie neugierig!